So, willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. In der Schmiede. Trophäe halten glänzend. Oh shitty, shitty. Oh shitty. Oh shitty. Oh shitty. Yay! Hey! Dann war die Tür. Wahrscheinlich der Weg zum letzten, zur letzten anderen Perle oder was? Das ist jetzt gerade aufgegangen. Ah, hier kommt wieder. Oh shitty. Oh shitty. Die Tränke bringen doch immer gar nichts, ey. Das ist doch so doof. Als Belohnung Tränke. Was kann ich hier nicht was mit den Dinger machen? Ah, das ist das Redstone. Jetzt rauf ich das erst. Okay. Okay. Renn doch nicht weg. Was ist das? Was ist das? ach du scheiße gar nicht übertrieben viele ok wir warten kurz noch mehr Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, mal gucken, wo uns diese Tür hinführt. Die sind aus Versehen schon richtig gelaufen. Ich will aber natürlich gucken, ob hier noch irgendetwas war. Anscheinend nicht. Okay. 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 achso, der ist schon tot schweig okay wir wissen anscheinend darüber würde ich behaupten wenn es überhaupt geht nicht ernsthaft ist das darunter geflogen aber waren es nicht zwei sachen und der ganze bereich nur für eine kiste dann ist es eben so ne ach hier geht es ja auch noch weiter oh oh okay das ist aber eine sackgasse alles klar dann gucken wir mal was uns hier erwartet auch wieder ein größerer teilbereich hier nein oh what the fuck okay 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 Ja, das ist nix. Okay, hier in der Ecke ist auch nichts, dann haben wir den bereits so weiter gekundet. Und dann machen wir an dieser Stelle auch wieder einen folgen Poissienspitze B, danke mich. Bis denne.